Musik Wir erleben zur Zeit einen welthistorischen Umbruch in einer Geschwindigkeit, die echt atemraubend ist bisweilen. Muss man natürlich mal bedenken, welthistorischer Umbruch, wenn der rasant schnell geht, dann kann es einmal 150 oder 300 Jahre dauern. Aber in dem Fall geht es doch tatsächlich fast so lawinenartig, schlagartig kann man nicht sagen, aber lawinenartig könnte man sagen. Und dabei handelt es sich um den, um einen Historiker zu zitieren, Abstieg und Untergang des amerikanischen Imperiums. Der tatsächlich, wenn man aus der Ferne betrachtet oder halt analysiert, eigentlich am ehesten zu vergleichen ist mit dem Ende des Weströmischen Reichs. Wobei man mit historischen Vergleichen bekanntlich immer vorsichtig sein muss, weil ein Vergleich ist halt ein Vergleich. Man sieht dann Ähnlichkeiten, man sieht Unterschiede und man kann dann gewisse Schlüsse daraus ziehen. Was man nicht tun sollte, ist sich verleiten zu lassen, dass man Prognosen aufstellt und sagt, ja schau, bei den Römer war es so und dann wird es bei den Amerikanern genauso sein. Das führt gerne mal in die Irre, kann auch im Einzelfall mal zutreffen, aber ist dann immer Zufall. Dann muss man dazu sagen, ich habe jetzt gerade gesagt, wir erleben das gerade, aber wenn man jetzt zum Beispiel nur die Propaganda von den westlichen und insbesondere deutschen Staatsmedien liest und konsumiert, dann erlebt man das eigentlich nicht. Weil da ist es immer noch so, dass flächendeckend die Geschichte so hingestellt wird, dass sie irgendwie ein zwar völlig verqueres, aber doch auch in seiner Aufdringlichkeiten durch die Dauerberieselung recht wirksames Bild ergibt. Und da kriegt man das dann nicht mit. Also beispielsweise habe ich letzte Woche ein Interview gesehen und gehört mit Carlo Masala von der FAZ, also das Interview war von der FAZ, der sogar als Professor für solche Dinge zuständig ist eigentlich und dann 45 Minuten gesprochen hat, die meiste Zeit nur über sich selbst, aber dann auch noch ein paar Minuten über den Krieg in der Ukraine und hat die Meinung vertreten hat, Russland hat den Krieg eigentlich schon verloren. Mit der kleinen Einschränkung, die Ukraine hat ihn noch nicht ganz gewonnen. Recht viel mehr hat er dazu nicht gesagt, ist aber eigentlich auch nicht nötig, weil wenn man als unbefangener Beobachter sowas hört und die Situation ein bisschen kennt, dann denkt man sich, wenn jemand das studiert hat und eigentlich in der Lage sein müsste, Analysen zu treffen, wie kommt der dann in eine Lage, dass er derartig den Kontakt mit der Realität vollkommen verloren hat. Das ist schwer zu sagen, weil das möglicherweise auch wieder zu einem Vergleich mit dem späten Westrimmischen Reich reizt, wo ja neben einigen Kritikern, die dann auch gerne schon mal verketzert worden sind, immer noch viele Leute gedacht haben, ja, das ist schon alles okay und geht schon so weiter und das bisschen Getue von den Vandalen da und so, das macht jetzt nichts. Die sind halt jetzt auf Europatournee und die werden sich dann schon wieder verabschieden. Also möglicherweise erzeugt die unbewusste Ahnung, dass man in einem zerbröckelnden Imperium drin sitzt, gleichzeitig so eine Abwehr dagegen, da irgendeine Einsicht zu finden. Jetzt mag sich manch einer fragen, ja, woran macht man das denn fest? Und dann gibt es da die unterschiedlichsten und verschiedensten und wirklich viele Indizien, Zeichen, Bereiche, wo man es feststellen kann. Ich will da nicht auf allzu viele eingehen, aber was man zuletzt so gesehen hat, ist zum Beispiel, als die US-amerikanische Vizepräsidentin Kamala Harris in Afrika unterwegs war und dort Reklame machen wollte, dass sich die Länder doch auch dem Imperium als Vasallen unterwerfen sollen, so wie die Europäer. Da hatte sie, gelinde gesagt, äußerst wenig Erfolg. Und dann andererseits hat man gesehen, wie dann der russische Außenminister oder irgendwelche Abgesandten aus China, wie die dort empfangen werden und das ist halt einfach ein ganz anderes Bild. Dann hat man auch noch in Erinnerung Saudi-Arabien, den Umgang dort mit der US-amerikanischen Führung, was schon hart an der Grenze zur Unverschämtheit war. Oder zuletzt dann auch die Reise von Emmanuel Macron nach China, wo sich dann noch die EU-Führerin, die Frau Leyen, angeschlossen hatte und die musste dann beim Passagier aus dem Flugzeug raus und danach auch wieder so einsteigen. Und niemand hat sich wirklich mit ihr befasst. Niemand nimmt die wirklich ernst. Die deutsche sogenannte Außenministerin Blablub war auch dort. Da hat man dann auf ihre üblichen Tiraden gesagt, China braucht keinen Lehrmeister. Also wenn man die chinesische Höflichkeit kennt, dann sieht man daran schon, dieser Westen, also weder die USA noch die Vasallen der USA, werden da noch irgendwie ernst genommen. Es gab noch viele ähnliche Geschichten. Wenn man die alle zusammenzählt, dann ist es ein recht eindeutiges Bild. Und jetzt ist es ja so, dass wir im Westen oder viele Menschen im Westen eigentlich auch ein recht eindeutiges Bild haben. Also auf der einen Seite sind wir die größte Macht der Welt, der gesamte im Westen halt, die USA und ihre Vasallen miteinander, NATO und so weiter, EU. Und auf der anderen Seite sind aber Chinesen böse und Russen sowieso Untermenschen, Tiere, Dreck, wie man das heute in letzter Zeit so hört, wofür dann gerne auch Kulturschaffende noch Preise umgehängt kriegen mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels, wenn man sagt, Russen sind Dreck. Und da fragt man sich dann vielleicht manchmal, wie kommt denn das eigentlich, dass wir in Deutschland die Meinung vertreten, Russen sind Tiere und Untermenschen, aber der Rest der Welt folgt uns da. Oder zumindest diese unwichtigen Dritte-Welt-Länder und so, alle, Lateinamerika, Afrika und so, wieso folgen die uns eigentlich nicht in dieser Meinung? Ich denke, dafür gibt es eine recht einfache Erklärung, auf die man vielleicht nicht gleich kommt. Ich denke, was Russland zur Zeit oder in den letzten Jahren macht, ist für viele andere Länder so eine Art Versuchsballon. Das werde ich jetzt gleich noch erklären. Aber erstmal kann man vielleicht noch darauf hinweisen, es gab ja eine Situation um 1991 rum, da hat man davon gesprochen, dass die USA den Kalten Krieg gewonnen haben. Francis Fukuyama hat damals sein berühmtes Buch geschrieben vom Ende der Geschichte und gesagt, es gibt jetzt keinen Systemkonflikt mehr und damit gibt es eigentlich überhaupt keinen Konflikt mehr. Die ganze Welt kann sich jetzt friedlich versöhnen und dann wurde auch die berühmte Friedensdividende versprochen. Also man braucht kein Geld mehr für Militär und Waffen und die Welt wird jetzt in einen Rausch von Wohlstand und Reichtum hineinwachsen. Das hat sich alles als Unsinn erwiesen. Aber man fragt sich halt jetzt doch 30 Jahre später, wie konnte das geschehen, dass die Großmacht, die damals den Kalten Krieg gewonnen hat, dass die jetzt plötzlich irgendwie so kurz vorm Ende ist oder dabei ist, ihr Ende herbeizuführen. Das lässt sich aber eigentlich dann ganz einfach erklären. In den USA hatte damals eine bestimmte Klasse oder wie soll man sagen, eine bestimmte Gruppe von Menschen oder sagen wir eine Machtgruppe einfach, die hatte kein Interesse daran, dass dieser Kalte Krieg endet, weil ohne Krieg kann man keine Waffen mehr verkaufen und zudem ist so ein Zustand ausgeglichener Harmonie für eine Macht, die auf Welteroberung letztlich oder Weltdominanz so, weil im US-amerikanischen Konzept heißt es Full Spectrum Dominance, da kann man sowas nicht hinnehmen, dass alle harmonisch zusammenleben und deshalb fing es schon unter George Bush an, dass man halt neue Kriegsgegner gesucht und auch gefunden hat, noch mehr dann bei Bill Clinton und unter Obama ist es dann so richtig in den Overdrive geraten. Da gab es dann so eine Liste mit Ländern, die in den nächsten Jahren angegriffen und erobert und unterworfen werden müssen. Wir wissen ja, worauf es hinausgelaufen ist. Es hat einige verheerende Niederlagen für die USA gegeben, die sie aber nicht wirklich eingesehen haben. Zuletzt sind sie von, das zitiere ich jetzt nur, weil es rassistisch klingt, von barfüßigen Taliban-Steinzeit-Soldaten aus Afghanistan ausgeschmissen worden. Also es hat alles nicht so wirklich funktioniert. Und dann hat man vielleicht auch nur in Erinnerung Donald Trump, der jetzt wirklich nicht zu den Hellsten gehört und dem man auch seltener Wort glauben sollte, der hat aber doch nicht ganz unrichtig darauf hingewiesen, mit seinem America First Getue, dass die USA ein deindustrialisiertes Land auf dem absteigenden Ast geworden sind, das nicht einmal mehr in der Lage ist, diese ganzen Kriege, die es ständig führt oder führen will, zu organisieren, zu tragen und auch zu finanzieren. Das war letztlich ja der Hintergrund von dem, warum er dann verlangt hat, dass die Europäer gefälligst sich jetzt mal selber da beteiligen sollen und zwei Prozent von ihrem Haushalt für noch viel mehr Waffen ausgeben. Also so dumm der Typ ist, aber daran hat man schon erkannt, dass seine Diagnose in dem Punkt vielleicht nicht ganz falsch war. Die andere Frage ist natürlich, gegen wen hätte sich Europa überhaupt verteidigen sollen, aber das ist nochmal eine andere Frage. Aber zurück zu Russland und China und in dem Fall jetzt insbesondere Russland und meiner Andeutung mit diesem Testballon. Man hört ja jetzt immer gern, dass der Ukraine-Krieg weitergehen muss, weil die Russen nicht verhandeln wollen. Das ist natürlich kompletter Quatsch, weil wir können uns nur an 2014, 15, 16, die ganze Zeit danach erinnern. Selbst noch 2021, als die USA und die NATO die Ukraine schon fast so weit hatten, dass halt der Krieg gegen Donbass und dann Russland losgehen hätte können. Da gab es ja immer wieder Versuche von Seiten Russlands, dass sie gesagt haben, Freunde, wenn ihr direkt an der russischen Grenze, nicht nur in Rumänien, sondern jetzt auch in der Ukraine, Atomraketen aufstellen wollt, die auf Russland zielen, dann ist das für uns eine existenzielle Bedrohung und dann werden wir uns wehren müssen. Also bitte hört damit auf, verhandelt mit uns, weil wenn ihr das tut, dann kommen wir da nicht raus, wir können das nicht geschehen lassen. Ob man das jetzt nachvollziehen mag oder verstehen will oder nicht, spielt dabei eigentlich keine Rolle, aber die Andeutung oder die Ankündigung war sehr klar und deutlich. Der Westen, insbesondere die USA und Deutschland, haben damals immer gesagt, das ist uns völlig egal, mit euch redet man nicht, ihr landet sowieso auf dem Müllhaufen der Geschichte. Und daraufhin hat Russland so reagiert, wie man das eigentlich sich hätte denken können und wie es ja auch angekündigt war, nämlich militärisch. Und jetzt schaut natürlich die ganze Welt darauf, was da passiert, weil das für fast jedes Land auf dieser Welt eine wichtige Geschichte ist. So eine Art Exempel oder eben ein Versuchsballon. Weil wenn man sich die Welt heute anschaut, gibt es eigentlich nur zwei Arten von Ländern. Die eine Art ist die, wo die US-Armee schon drin ist und dann, wie man im alten Rom dann gesagt hat, die beschützt vor Eindringlingen, in Wirklichkeit natürlich ihre eigenen Interessen schützt und ihren Profit da rausholt. Und die zweite Art von Ländern, das sind die, wo die US-Armee noch nicht drin steht, also wo sie keine Stützpunkte hat. Und die sind halt einer dauernden Bedrohung ausgesetzt. Die sind meistens so Punkt für Punkt außenrum mit US-Militärbasen umgeben. Da gibt es dann auch immer mal wieder so Regime-Change-Versuche und die CIA stürzt irgendeine Regierung. Es gibt irgendwelche Unruhen, die von US-finanzierten und organisierten NGOs dann angezettelt werden. Also diese Länder leben in einer dauernden Angst und unter einer dauernden Bedrohung durch die USA, sich zu unterwerfen. Und die schauen jetzt zu, weil Russland gesagt hat, uns reicht es jetzt. Wir können nicht mehr anders. Wir sind existenziell bedroht. Wir müssen uns jetzt wehren. Jetzt schauen die anderen auf der einen Seite zu. Jetzt schauen wir mal, wie das ausgeht. Weil wenn es bei denen gut ausgeht, dann können wir vielleicht da auch den Hals aus der Schlinge ziehen. Und auf der anderen Seite bemerken diese Länder natürlich auch inzwischen, jetzt im Gegensatz zu Kala Masala, dass die Ukraine und der Westen, also dass die USA und die NATO, so muss man sagen, diesen Krieg eigentlich vielleicht, ich will mich da nicht so aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht schon, wahrscheinlich schon verloren haben und da jedenfalls nicht mehr rauskommen. Und deswegen suchen die natürlich die Nähe zu den Ländern, die sich gegen die USA und diese Weltdominanz, diese Full Spectrum Dominanz des Westens aufgelehnt haben. Da suchen die natürlich die Nähe, weil man sich sagt, am Ende dieses Konflikts ist es gescheiter, wenn wir auf der richtigen Seite stehen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Russland Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg hat, die Chinesen Erfahrungen mit über 100 Jahren Kolonisation durch den Westen und dass die deswegen eine vollkommen andere Art haben, mit anderen Ländern umzugehen. Dieser berühmte Neo-Imperialismus, den man Russland jetzt immer, also Putin muss ich, Entschuldigung, ich sage immer Russland, ich meine natürlich Putin, den man dem jetzt immer unterstellt, der ist ja ein klassisches Zeichen der westlichen Außenpolitik. Und darauf haben viele Länder einfach absolut keine Lust mehr. Jetzt könnte man auch die Frage stellen, also wie konnte das eigentlich geschehen? Warum sind die US-Amerikaner so blöd? Checken die das nicht? Die Frage stellt man sich tatsächlich in China und in Russland immer wieder und in letzter Zeit immer öfter. Vor allem, wenn man eben den Konflikt um die Ukraine jetzt verfolgt hat, weil es da viele Punkte gab, an denen eigentlich alle unabhängigen Beobachter aus dem Rest der Welt gesagt haben, okay, jetzt das werden sie nicht tun. Und sie haben es aber doch getan. Und da hat man immer wieder gehört irgendwo, was ist mit diesen Amerikanern los? Warum sind die so blöd? Über die Deutschen brauchen wir gar nicht erst reden, weil die sind ja nur Vasallen, die allerdings auch mit einer Werf und einer Vehemenz sich da hineinstürzen, als wären sie eben nicht unterworfen, sondern könnten davon am Ende selber profitieren oder so. Es versteht ein großer Teil der Welt nicht. Das ist mir zum Teil auch ein Rätsel. Es gibt ein paar Hinweise darauf. Also ich habe gehört, da ist es immer ganz gut, wenn man mal Analytiker aus den USA zuhört oder die liest. Da gibt es eine Reihe ganz schlaue Leute, die halt eingeweiht sind und solche Dinge und die zum Beispiel dann feststellen, dass die Generation von Neocons im Außenministerium, die da jetzt maßgeblich verantwortlich ist für diese ganze Politik, also Leute wie Jake Sullivan, Anthony Blinken, Victoria Nuland, dass die offensichtlich ebenso wie Carlo Masala den Draht zur Realität völlig verloren haben und überhaupt nicht mehr. Die waren zum Beispiel völlig überzeugt, wir können Russland zerschlagen und ruinieren, weil die Russen sind mit den Chinesen verfeindet, schon immer, oder nicht schon immer, sondern seit bestimmten Konflikten, die bis in die 60er Jahre gegangen sind. Und deshalb werden die Chinesen sich da raushalten. Die berufen sich dabei natürlich auf Analysen und historische Ereignisse, die einfach völlig überholt sind. Ich meine, das weiß jeder noch aus dem Geschichtsunterricht, dass unter Nixon und Kissinger zwischen den USA und China eine Annäherung gab, dass die USA übrigens damals auch eindeutig festgestellt haben, es gibt nur ein China und das ist nicht Taiwan, sondern Taiwan gehört zu China, wobei es eben darum ging, Russland oder damals die Sowjetunion und China zu entzweien, aber das ist doch alles längst überholt. Die haben offenbar keine jüngeren Bücher und Artikel gelesen als 1976 oder 1980 und leben immer noch in dieser Welt und sind deswegen ständig überrascht, wenn dann Dinge passieren, mit denen sie nicht gerechnet haben, wie dass China und Russland dann plötzlich sich annähern und verbünden. Damit konnten die nicht rechnen, weil sie sich zum Beispiel auch auf so Berater verlassen, wie diesen, wie heißt der, Michael McFall, der unter Obama sehr führend war und da schon einiges ruiniert hat und dem glauben die das offenbar immer noch, dass seine Analysen, die auf Situationen von vor 50 oder 40 Jahren beruhen, jetzt immer noch zutreffen. Warum sie sich nicht aktueller informieren, das weiß der Teufel und es ist letztlich eigentlich auch ganz egal. Weil schon aufgrund dessen, dass wir als normale Bevölkerung darauf überhaupt keinen Einfluss haben und daran auch nichts ändern können oder so, bleibt es uns überlassen, dass wir sagen können, immerhin sind wir nach vielen Jahrhunderten eine Generation mal wieder, die dem Untergang eines Imperiums zuschauen kann. Es gibt natürlich auch gewisse Gefahren bei der Geschichte. Weil wenn man ein bisschen weiter geht und jetzt sagt also, die USA planen ja offenbar, den Krieg gegen Russland jetzt den europäischen Vasallen zu überlassen, weil sie selber noch Krieg gegen China führen wollen. Es sind aber offenbar auch wieder nur, sage ich, ich berufe mich jetzt nur an Fachleute, selber militärisch überhaupt nicht in der Lage, das zu tun und überschätzen sich da wahnsinnig. Und wenn sie da dann wieder so Überraschungen erleben, wie in Afghanistan oder in Syrien oder anderen Ländern, dann könnte es sein, dass sie sich ganz plötzlich sehr stark in der Ecke gedrängt fühlen und dann, weil die reagieren ja sowieso nicht sonderlich vernünftig und besonnen, aber dann könnten sie sich gezwungen sehen, dass sie dann zu Mitteln greifen, die auch für 100.000 Kilometer entfernte Menschen nicht so angenehm sind. Naja, das wollen wir einfach mal nicht hoffen. Ändern können wir es nicht. Können wir nur sagen, es wird schon gut gehen. Bleiben wir gelassen und schauen wir zu. und lesen derweil Bücher, die uns vielleicht darauf vorbereiten können, was dann passiert, so wie Egon Fridels Kulturgeschichte der Neuzeit oder den alten Spengler, so schlimm er auch ist, oder gleich dieses schöne Buch für Iggy Pop Fans. Iggy Pop hat mir das mal empfohlen, da kannte ich es allerdings schon. Nein, jetzt schweife ich schon wieder ab. Bleiben wir gelassen, so am wichtigsten.